ja okay komm her, komm her, komm her, geh mich nicht, geh mich nicht, komm her, ich will nur kurz zeigen wie stark meine Spielsacke ist, komm her nein, Dekka! ich wollte jetzt zeigen wie stark meine Spitzakke ist n-d-h-na ich bin nilani nein okay aber für keine Spraywaffe Okay Okay Yo Nö. Tschüss. Hihi. Schiech auch nicht. Ja, man kriegt das. Ja, man kriegt das. Ja, man kriegt das. Ja, man kriegt das. Nein. Mann, ohne runterschießen. Ohne runterschießen. Ohne runterschießen. Digga, ohne runterschießen. Ich bin die. Doch, doch. Hey, geh nicht. Ey, ähm. Mit Beko machen wir so einmal Dings. Wir machen so einmal Runde. Wen gibst du einer? Aber ich mach das nicht. Das passiert mit mir automatisch. Wenn man wieder in den Box ist, passiert das automatisch. Ja. 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 ike Aber dafür hab ich da geholt? Okay, er soll mich an den Spitzacken. Weil er ist der beste Spiel da von uns alle. Ich bin Lila. Ich bin immer... Spitz? Ja. Ich will kaum mal so gut so aufpassen. Die sind Baren bei mir. Kleiner. Schau mit dir. Du kleiner. Ja, Digga, was? Ich war nicht mal Lila. Ich war nicht mal Lila. Ich war rot. Also... Der hat ehemot. Der hat ehemot. Der hat ehemot. Haha, David, du weißt schon, wie das geht. Kommt, wir gehen nie. Es geht... Es geht endlich auf alle Seiten. Ähm... Wenn ich er sei, würde ich mir nicht glauben. Du musst sterben. Spaß. Du musst in irgendwelche Wand sein, weil es gibt auch verschiedene. Ich muss ... Was ich wirklich rauskennen. Ich habe auf jeden Fall einen Aufmerksamkeit. Ich bekomme ich noch einen ... Was ich nicht? Was ich für einen ... Was ich? Du, du ... Nein. 5 ja auf irgendwelche Wand du musst auf irgendwelche Wand und dann kannst du springen aber du willst mich dann umbringen David soll es ja zeigen, er kann es auch oho ok warum ja ich will dir nur helfen ok, halt oh mein Gott, hier geht jetzt noch die Zone du hast es Mann David, warum zeigst du ihn? ich hab das sechste ich hab das sechste sie ist bei der lila eine Box das stärkste ist bei der lila eine Box ja bei der lila eine Box ist sie am stärksten ich bin genauer auf Lieder ja ich weiß nicht guck k k k k k k flach geht und geht aber auch geht aber ohne die nur schädel und links kann man nehmen wenn wir nicht sind der digger ist dann so unfair und vor allem die die jetzt ohne dem bitte seid nicht so ehrenlos nur shadow Wer sieht hier? Du hast es! Mann, nein, ah man, tschüss, ich vlogg dich. Digga, hör einfach nur auf. Okay, aber das ist das letzte Mal. David! Ohne Hex, Mann, ohne Hex, bitte, seid nicht so ehrenlos. Aber bitte jetzt, bitte, seid nicht so ehrenlos, wenn ihr das macht, Digga, ich verlasse. Mann, ich vlogge euch. Bitte, hört auf. Nein. Aber nächste Stunde darfst du. Nächste Stunde darfst du. Okay, komm, David, komm. David, hast du an? David, hast du an? Nein? Okay, komm. Es gibt hier Hedda. Das war's. Du musst du mal nach unten da igaz. Du musst du nicht mehr mehr spielen. Nein. Du musst du nicht mehr mehr spielen spielen. Du musst du nicht mehr spielen spielen spielen. Da? Du musst du nicht mehr machen. Du musst du nicht mehr haben. schlager 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 seitdem heute r schlager pauschel brd du bist immer mann Prozent der Weg über die Stuhlmann auch hier aber nicht er will ich er will die Vorbereitung Ja! Hi! Pass auf! Oh! Oh mein Gott! Aber ich hab dir eine Erde genommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! hmmm ja kann man nicht auf elf von uns in die Erde genommen nochmal etwa jeden Tag bei 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 keine Ahnung ja ho ho nein ja okay jetzt hatte ich jetzt hatte ich jetzt aber jetzt nicht mehr okay aber einfach nur dieses oh ha